So Freunde, willkommen zu dem weiteren Meme Mittwoch. Siden hat gekocht, Föller hat geschnitten, ich habe reagiert. Lass es noch nach oben da. Ich habe nichts zu sagen, deswegen sage ich, aktuell bin ich am Lesen. Blue, Locke. Und damit... Gehen wir rein. Digga. Digga. Ich weiß es, Bro, was... Egal. This man, Merrick had to be doing 10 pounds of crap. Digga, Marding auf Beut, Verkrasser. Marding auf Deutsch anbieten, Bro. Na. Digga, Joey auf Englisch ist auch so ass, ne? Me give up, Bro, the meanest dab up after not singing... Dab up, Bro. Digga, das ist aber next level dab up, Alter. Er hat geklatscht, Bro. When you parents are fighting and suddenly topic changed to you being lazy. Sie, nachdem ich's... Ach, nee. Sie, nachdem ich sie im Club von hinten angetanzt habe. Loslassen, du Mistleuch. Du bist so schnickend hässlich, dass ich Ausschlag bekomme, wenn ich deine Visage auf drei Kilometer entfernum sehe. Wow, Bro, wie ich mich fühle, nachdem ich zum ersten Mal Kreatin eingenommen habe. Verdammtes Doping. Das hättest du nicht gedacht, hä? Digga, diese OG-Luffy-Stimme anders. Wow, das Whisky ist peak. Peak? Quick! Oh! Here, I can't wait to swallow it. Also her. Oh Gott. Anyone? Oh, nee. Was passiert jetzt? Es ist nicht nur der Tanz. Oh, nee, oh, nee. Wenn ich meine Freundin frage, was ich essen will, und sie wird mir egal antworten. Bro, ich schwöre, mein Gott, das ist das Schlimmste überhaupt. Ich wünsche dir eine präzise Antwort. Ja, danke. Hey, sind diese Socken zu lang? Oh, sehr lang. Wie wee Buggys, die versuchen, zu schießen. Was nennst du einen Alligator in einem Vest? An Investigator. Dude, das ist lustig, richtig? Bro, echt nicht gefühlt. Okay, okay, okay. Was passiert, wenn du ein Gatorprostitut sagst? Gator Aids. Okay, okay. Wait, wait, you don't think these are funny? Come on, these are funny. Nein, bro, nein, bro, up on. Dude, das verdammte Crocodile haut für ihn ab. Yo, 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 we over here in Five Below, bro. Do you think this is good, bro? Would you really need to try some of that? Don't get, don't get, don't get, don't stop, don't stop. Me will for monthly. Bro, I know what they want, man. I know what they want. Me, as soon as the Mewtwo build muscle mummy finally gets off the bench, then Siles is wet. Oh, nein. Dude, bro, nein. Oh, nein. Dude, bro, nein. Das hat du, Lingo, nicht gemacht. Das hat du, Lingo, nicht gemacht. Eyes off, du Lingo. Me walking out of my room after my Wi-Fi got disconnected to see my lovely family. Never seen them for take. Bro, ich glaube, so kommst du nicht aus, wo drauf raus. So, meine Damen und Herren, wir kommen kurz zum Sponsor des Videos, nämlich GameStop. Und das ist einfach das easyste Sponsorship überhaupt, weil ich rede über meine Klamotten, denn GameStop und ich, wir sind jetzt... So, meine Klamotten, meinen Merch gibt es in den GameStop Stores. Und Freunde, es ist ein Meinstein für mich in all dem, was wir machen und einfach krank für die ganze Community. Es ist insane, dass einfach die Sachen im Laden von GameStop und dafür müsst ihr mal kurz reinschauen. Freunde, ihr seht richtig, meine Klamotten, meinen Merch findet ihr ab sofort in den GameStop-Läden in ganz Deutschland. Mit knapp 69 Stores in ganz Deutschland könnt ihr wirklich überall fündig werden. Ich würde mich natürlich hier wieder auf euren Support freuen. Und Leute, es ist einfach krass, was wir mittlerweile alles zusammen geschafft haben. Also Leute, wisst ihr Bescheid, checkt das Ganze mal ab. Würde mich sehr freuen und freund euch auf weitere geile Sachen zusammen mit GameStop. I'm Richardy Gojo, my lying ass, if I were to see a great, äh, four curse in the night. I got a, I got a Gatsin on him on. My lying ass, Alter. Oh, man. My parents just left and my older brother hurt me breathing. Dude, das Toji ass-whooping is real, Alter. Bro, wie krank war dieser Fight, Mann? Oh nein. Oh nein. Oh, dude. Fucking JJ Kass, JJ Kass-Mim, Alter. Beppo, wie würdest du die Stroot-Banne beschreiben, Lor? Stell dir mal in einer Reihe auf und dann siehst du... Pep-Junkie, Koks-Junkie, Pep-Junkie, keine Zähne, Anscheißer, Zinker, Verräter, Schobe-Junkie, diese... Was heck, nur so! When she asks, where she can sit. What the fuck is this then? Oh yeah, babe. Digga, scheiße, die haben mich gefilmt, bro. Oh, okay. Was kommt jetzt? Maki? Oh, so! Man receiving basic kindness from the girl and... Oh, 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 oh. Please do it. It's filthy. I haven't been able to wash it in forever. I'm sorry. Oh, sie hat sich gewaschen. No sweat. It does the job. PoV, dying in your girlfriend's car, but then you realize you were right, woman can drive. I have the best character development. No, I have the best character. Oh, that's move. You read. Oh, no, I was like that, come. Eh, bro. Hey, the coldest move in anime history, bro. Sasuke so, I'm out. Sasuke so, oh, I'm brief. Das is... Bro, das is, digga. Wow. Sasuke. Das Ding ist, der geilste Move war ja eigentlich, wie Ino einfach ein Foto gemacht hat, aber die eine Dame, die dazugekommen ist, einfach nicht mitfotografiert hat. Best move ever. Me coming out of the hospital after comparing sizing with the... Was, bro? King Cobra pulling up to the empty drawer. Oh, nein, bros. Guckt, alter. Eee, mein Mann, bro. It's Jin Ichimeiro, alter. Dragon Ball according to Crunchyroll. Oh, nein. Das kennen wir. Ja, ja. Komm, küsst euch. Komm. No body but you, body but me, body but us, body stick it. Oi, oi, oi. Are you French? No, I'm Japanese. Arigatou, hello. Okay. Okay. Youkosu. Watashi wa soo ko-5. Youkosu. Watashi wa soo ko-5. Youkosu. Ich liebe diese scheiß Eisen. When you are about to say the answer, but the teacher picks someone else and you realize you were wrong. Digga, Song aus Dark einfach. Pff. Digga, ciao. When the ugly smile at you, but you low-key been getting no play recently, so you just roll with it. Bro, this is so big. Oh my god, brother. Er schlick. Er schlick. Durchatmen, 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 durchatmen. Es geht wieder los, es geht wieder los. Salam aleykoum aere Itachi, wie geht's dir? Kakashi, du Maniak, was suchst du hier? Diese Augen, der kleine Kelp, kann immer noch so gut Auge machen wie früher. Ich muss aufpassen, bevor Nasa mich trifft. Ja, Sibi. Kakashi, ja Maniak, beiseite mit dir. Ich hab noch offene Rechnungen hier zu begleichen. Du weißt, AMG zahlt sich nicht von allein. Du, Airi, hast noch offene Schulden bei Ahisasuke. Bei Suchuk ist kein Spaß mehr. Ja, Salame. Der kann mir an den Eiern kraulen, der Kelp. Ich bin hier, um Airi Naruto zu holen. Der Maniak schuldet mir noch. Tipico para, ja Sibi. Wenn du denkst, dass ich dir den Sibi Naruto überlasse, dann kannst du mal meinen Sipp schmecken, der Kalb. Erzähl mir hier keinen. Ich steche in Typen ein, als wären sie Butter. Du Lelek. Du Lelek, Alter. Du musst schon ein paar Suchuk mehr essen, um mich mit so einem billigen Trick zu kriegen, ja Sibi. Die Stimme passt so gut, das ist unglaublich. Pass auf Kakashi. Du weißt nicht, wie heftig ich geworden bin, seitdem ich weg war. Aha. Mittlerweile hab ich die Boxautomat-Rekorde von jedem Dorf. Wenn ich will, geb ich dir eine Bombe. Oh Gott. Oh Gott. Wie kann das sein? Niemals. Wie kann das sein? Niemals. Moist Pass... Big Time. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh Gott. Digga, Alter. Du, Lingo ist auf anderen Level unterwegs. POV. Die Eier von deinem Friseur streifen nicht zum 5... Ey, Digga, das hab ich schon tausendmal gesehen, Bro. Die Eier streifen nicht zum 5. Mal. Aber du versuchst nicht zu reagieren. Can I ask you, what your relationship is with Itza Go? What? You're pretty popular with the lady. Oi, oi, oi. Oh, Bro, eher. Boogie. Digga, diese Kawaii-Me-Meter ist anders, Bro, ehrlich. Bro, was, was geht ab aktuell? Was ist, was ist los hier? Oh, hi, oi, Boss und die Anime-Mans. Oh, hi, oi. Oh, hi, oi, oi. What you doing? There's no need for things to get violent. How about we all talk it out and have a really good time? Oh, hi, oi, oi. Pikachu, come out. I'm gay. Oh, hi, oi. We turn after we're just, uh, 30 seconds into the act. I, I knew you would come, but you've come. I have. How I feel after choosing my education and future over an extra 30 minutes of sleep. Bro, die Musik, Alter. Die Musik, Alter. Slow Naruto opening. Her, my plan just died. Me trying to hit. Okay, 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 big. Bless to announce we are expecting a new summoner. Oh, what? Oh, God. Krank, Digga, krank. Meine Damen und Herren, das ist was wir wieder von Me Mittwoch. Lasst uns auch da oben da abo aufgreifen. Vielen, vielen Dank für den Support. Und wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch, 18 Uhr. Ihr kennt die Weiß. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss.